Ja, ich grüße dich ganz herzlich zu diesem Podcast. Worum geht's heute? Wir sind mitten in unserer Gemeindeinitiative und es geht um das Thema Mein Lebensvers. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sind ja, wie gesagt, mitten in unserer Gemeindeinitiative und in dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Mein Lebensvers. Wenn ich dich jetzt frage, was ist dein Lebensvers? Vielleicht fragst du erst mal, wie meinst du das? Und das ist einfach so, dass ein Lebensvers, ein Vers der Bibel ausdrückt, wofür du lebst, wofür du stehst, wofür du dich einsetzt oder aber auch, wofür du bekannt sein möchtest. Und als ich so darüber nachdachte, was ist eigentlich mein Lebensvers, fiel mir natürlich so relativ schnell Psalm 27, Vers 1 ein. Das ist mein Taufvers. Und dieser Taufvers begleitet mich jetzt schon, naja, vielleicht schon seit fast 40 Jahren, ein bisschen weniger, aber schon eine sehr lange Zeit. Und ich lese dir mal vor, was da steht. Ich kann es eigentlich auch auswendig. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Das ist ein starker Vers, wie ich finde. Ich weiß nicht, wer den damals für mich ausgesucht hat, aber es ist ein wirklich großartiger Vers. Und der mich, wie gesagt, auch schon sehr lange begleitet. Und dann frage ich mich, drückt er das aus, wofür ich stehe und wofür ich bekannt bin? Also würde jetzt jemand, also wer mich kennt, sagen, ja, die Britta, die ist dafür bekannt, dass sie sich nicht fürchtet vor Menschen oder vor Situationen und die weiß, dass sie sich auf ihren Gott verlassen kann? Ich habe dann mal geschaut, in welchem Zusammenhang dieser Vers, diese Worte eigentlich entstanden sind. Und David hat diesen Psalm geschrieben, wie viele andere Psalme auch. Und der war da in einer wirklich schwierigen Situation. Also Schwierigkeiten kennen wir alle, aber seine Situation finde ich schon bemerkenswert schwierig. Also er wurde verfolgt von Feinden und die wollten nichts weniger als ihn tot sehen. Er war ausgeschlossen aus dem Haus des Herrn. Seine Eltern, so scheint es, wenden sich von ihm ab. Und da gibt es eine Menge Leute, die viele, viele Verleumdungen über ihn in Umlauf bringen. Und ich würde mal sagen, wenn das nicht eine schwierige Situation ist. Und dann betet er diesen Psalm, dem Psalm 27, der genau mit diesen Worten beginnt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Und ich finde es bemerkenswert, dass er sich das vor Augen hält. In seiner Situation sich sagt, ja, das ist Gott für mich und ich bin nicht allein. Und ich muss mich nicht fürchten. Und deutlich wird auch in diesem Psalm, dass er diese Worte aus einer persönlichen Beziehung zu Gott herausspricht. Dass er Gottes Nähe sucht und in seiner Nähe sich daran erinnert, wer Gott für ihn ist. Vielleicht war diese Worte auch so etwas wie ein Lebensvers für David. Und dann frage ich mich, ist das auch mein Lebensvers? Kann ich von mir behaupten, so zu glauben, wie David das getan hat? In schwierigen Situationen eben daran festzuhalten, dass Gott mein Licht und mein Heil ist. Ich erlebe oder habe gerade auch sehr, sehr schwierige Zeiten erlebt oder ich stecke mittendrin. Und wenn ich zurückgucke, dann stelle ich fest, ja, ich kann das genauso sagen. Gott ist mein Licht und mein Heil. Und er ist meines Lebenskraft. Und so denke ich, dass dieser Vers sehr wohl das Zeug dazu hat, mein Lebensvers zu sein. Weil ich auch Momente erlebt habe, gerade so in dem vergangenen Jahr, in denen ich eigentlich nicht so richtig wusste, wie es weitergehen soll und woher die Kraft Gott bekommt. Entschuldigung. Und ich dann gerade erlebt habe, dass Gott eben zu mir steht und dass er mich weiterträgt. Und dass er gerade auch in den ganz dunklen Momenten Licht ist in meinem Leben. Und ähnlich wie David musste ich auch immer wieder Gottes Nähe suchen, um das zu erleben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade wenn es echt schwer ist, fällt es mir manchmal schwer, Gottes Nähe zu suchen. Ich merke, wie ich Gott gegenüber dann manchmal den Rückzug antrete und merke aber gleichzeitig auch, dass mir das nicht gut tut. Und wenn ich dann anfange, seine Nähe zu suchen, dann kann ich mich genau daran erinnern, was Gott mir hier zusagt. Und dann habe ich gemerkt, es ist möglich, weiterzugehen. Es ist möglich, die Kraft für den Tag zu finden, der vor einem liegt. Also, Psalm 27, Vers 1 ist in jedem Fall mein Lebensvers. Oder, um genauer zu sein, einer meiner Lebensverse. Denn wenn ich da noch ein bisschen drüber nachdenke, fallen mir noch gleich zwei, drei weitere Verse ein, die sehr, sehr wichtig sind für mich und mein Leben. Was ist dein Lebensvers? Vielleicht weißt du das auf Anhieb und kannst das sagen. Vielleicht merkst du aber auch, ich muss darüber nachdenken, ich weiß das gar nicht so genau. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du genau das tust, dass du darüber nachdenkst, was ist dein Lebensvers? Welcher Vers der Bibel bringt zum Ausdruck, worauf du deinen Fokus richtest im Leben und mit welcher Zielrichtung du lebst? Wenn du willst, kannst du deinen Lebensvers in die Kommentare schreiben, weil es richtig spannend ist, zu sehen und zu lesen, was die Lebensverse anderer Leute sind. Und ich werde euch im nächsten Podcast zu diesem Thema die Lebensverse von ein paar Menschen vorstellen. Und das ist auch mega spannend und ich freue mich, wenn du dann dabei bist. Bis dahin.